mit der erweiterung einfach tierisch und da sind wir zurück und da gucken wir auch gleich mal das hatten gerade alle geschlafen die schläft der schläft das schläft hier alle schlafen da beschleunigen wir die zeit gerade noch mal ein bisschen so die ist um 6 uhr ausgeschlafen 7 ok also um 6 uhr müsste dann wieder alles ausgeschlafen sein jetzt der hund aber aufgewacht das ist schlecht zerstörung brauchst du ja dann grab mal ein loch so dann müsst ihr auch mal pinkeln das kann dann auch machen und hunger hatte dann auch und dann kann die ja mit dem spielen müsste jetzt auch gleich munter sein genau jetzt oder 6 braucht noch ein bisschen so genau jetzt steht sie auf und genau was macht er uns jetzt noch der frist noch was okay die aufgestanden ist hallo du musst aufhören zu schlafen so und dann musst du nämlich mit dem spielen jaken beibringen ja komm jetzt lassen wir mal mit jaken beibringen trick beibringen trick beibringen das können wir mal machen und danach kannst du dann ein metall suchen gehen danach so und der pennt noch ein bisschen wann musste erst in die schule wtf der muss erst um zehn in die schule man hat es der gute ich auch bis zum sieben danach kann er mal auf den topf gehen so ähm energie braucht hunger ja hunger hunger ist auch noch in einer stunde grad standen ja egal unlogisch so snack essen müßli okay dann bringt immer jagen bei jetzt ein bisschen was sozial ist ja okay weil ich hatte es auch schon mal dass ein sozialarbeiter kam und wird das vieh weggenommen hat so der ist erst mal was und dann kommt der schulbus auch schon glaube ich oder in zwei stunden kann er vorher vielleicht noch mal kurz hausaufgaben machen so das reicht mit dem müßli muss er jetzt zur schule fahren egal so und ihr lernt ihn jetzt aha mhm okay was rechnung jetzt bezahlen na gut oh man warum müssen wir mal rechnung bezahlen das handy klingelt wie geht man jetzt ran an das handy inventar herangehen was macht er jetzt was ähm der chef körper bei dem der beste ein der bereits bereit etwas besonders zu macht die schnitzung ja mhm 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 bringt ein essen bevor die zeit abläuft okay jetzt nehmen wir mal an dann mach mit dem einfach nur mal ne äh die auf den äh freundlich nein ähm pflege bürsten und danach kannst du noch ähm bauch kraulen dann musst du essen kochen und zwar erst mal sauber machen und dann wie bereitet man jetzt genau etwas zu ähm ich wäre nichts ähm wie kann jetzt was kochen ist die frage ähm hm was kann die damit jetzt kochen wenn ich jetzt hier ein paar würstchen und ein bisschen salat weiß ich was alles mit rein nehme kann die damit ich kann damit irgendwie nichts kochen ähm das ist schlecht frühstück servieren öffnen es kommt alles wieder rein aber irgendwie bringt das ja nichts kann die da nicht irgendwas machen Pfannkuchen kann man mal probieren so jetzt muss ich erstmal schön gesäubert was macht der okay der braucht ein bisschen Zerstörung da kommt der ähm sammelt erstmal so ein paar Objekte ein und der muss sich mal richtig anstrengen damit er eine gute Note kriegt ansonsten wird das ja auch nichts danach kann er dann gleich schlafen gehen genau so was macht die jetzt er hat Hunger kann ja dann das Müsli essen so essen ja so eben die Fähigkeit okay okay und was können sie hier noch machen ähm ein Gericht zubereiten klar das macht sie ja gerade kann die da jetzt schon mehr kochen dann wenn sie eine Fähigkeit 2 hat das weiß ich gar nicht mhm und da geht jetzt was eher schnüffeln da können wir mal kurz die Zeit beschleunigen eigentlich mhm okay jetzt hat sie was tolles gekocht da brauchst du das Müsli ja nicht mehr zu essen so ähm abwaschen abwaschen so die Zeitung geht die da auch rein schade er hat einen Stein gefunden wow das ist immer so eine Leistung ja äh öffnen Gericht einreichen genau das kannst du eigentlich mal machen so jetzt hat sie was gegessen ähm Geschirr spülen danach musst du ja dann vielleicht mal wieder sauber machen und benutzen sich hier dann auch duschen was macht der ey du Arsch das ist freundlich was denn das für ein doofer Hund diese streue nur andauernd so geht's nicht ein waschbär beschnüffeln das kann der auch mal machen so und etwas besonderes finden natürlich auch jagen level 6 hat er erreicht ist auch schön und was macht die das Gericht einreichen Edelstein mal gucken Inventar nein wir müssen mal Schnuffi im Inventar gucken eine leere Chipstüte ähm ich lass den einfach mal immer eine ein Gegenstand den er gefunden hat immer da so ein Ahornblatt Meteoritenstein okay ich verkaufe aber immer die ganzen Steine weil die bringt ziemlich viel Geld äh pinker Diamant 1400 den hebe ich mal auf der ist wertvoll 2800 ETF verkaufe ich den doch mal und hebe den anderen auf boah sowas teures das ist äh irgendwie ziemlich gut spät an die hause an der Ausrede nicht mehr zählt okay gut ähm wenn er zu hause ist dann geht er erst mal schlafen und dann macht er die Hausaufgaben genau und dann kann er auch Spaß haben wenn er sich im Spiegel anguckt äh so genau die reicht ihr Gericht noch ein wie lange dauert das keine Ahnung scheint noch zu dauern und ich weiß gar nicht wann die Folge zu Ende ist mein Timer sagt zwar verdammt ich habe mal zu spät angemacht eine Minute 50 ah ich glaube ich mache noch eine Minute sind gut zum Glück er hat ja ein Geldpreis okay wie viel ist das mhm wie viel ist das der zweite Platz so er geht erst mal schlafen ist auch eigentlich übelst cool erstmal nach Hause kommen sofort ins Bett legen so was macht die da jetzt okay die putzt erst mal so fein mal gucken ob das was bringt wenn das dann sauber ist na 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 ja doch bringt schon was so was macht die jetzt okay die setzt sich auf den Topp und da würde ich auch mal sagen beende ich die Folge mal an der Stelle und ich nehme jetzt auch gleich weiter auf ich beende die bloß erst mal jetzt